Hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Weck and the Big Time Hack. Ja, in dieser doch sehr skurrilen Situation mussten wir leider in der letzten Folge aufhören und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst weiterzumachen. Ich weiß nicht, ich denke mal mit ihm werden wir wahrscheinlich jetzt aktuell nicht allzu viel machen können, aber ich werde trotzdem mal versuchen mit den beiden zu reden. Es wird ein Loch angezeigt. Hm, was ist mit all diesen Hubschrauben in deinem Körper, Arma? Das ist nur für Ventilationswürde. Oh, komm mal, Chrono-Thingy. Ich kann nicht erwarten, diesen Schumpen auszupassen. Zur Belüftung, okay. So, you guys won't even remember having this wiping session after it's over. Well, we always know that we just wiped someone, but we will have no idea of who that someone was. It's a bit like knowing you had lunch earlier, but you can't quite remember what you actually ate. Huh, interesting metaphor. Wollt ich gerade sagen. Psst. Labguy, I have something to tell you. Oh, you have some last words. So, just keep in mind that our memory of them will soon be wiped out anyway. Even so. Let me just say. Ja. Wasmajab. Mach mich los. Oh, I know. It's an Agent Ruthless thing, right? No, wait. Don't tell me. It's the name of his robotic cat, right? Oh. Oh. Hey, thank you for reminding me of that cool robotic cat. That's totally the coolest lush words I've heard in a while. Can we move on, please? Gah, this jump needs to go! Das hat da wohl nicht geklappt. Können wir mit ihm vielleicht noch reden? Do you also watch Agent Ruthless or is it just your Agents? Oh, come on. Can we wipe this jump out already? Okay, der scheint nicht so wirklich amused zu sein. It's not a very friendly looking apparatus. I sure hope that those Matrix thingies take a while to get initialized. Okay. I don't seem to be able to access the microwave at the moment. Kein Zugriff auf die Mikrowelle. Das ist schlecht. Ich hoffe, dass er nichts dabei hat, was die anderen brauchen. Oh, das wäre jetzt richtig mies. In einer anderen Zeitperiode. This is Lenny speaking. If someone could stop coding AI robots and instead divert their attention to their actual job for a while, that would be great. Thank you. Gah, I'll never get the hang of AI programming while maintaining this dreary job. Maybe I could convince Lenny to hire an extra shop assistant to take over some of these menial tasks. Yes, that should give me ample time to enslave the universe. Jetzt mal über fünf Ecken gedacht. Wenn wir uns da anstellen lassen können, weil da stand ja dieses Employee, also Mitarbeiter, nur Mitarbeiter. Könnten wir dann eventuell den Virus auf dem PC kriegen? It's a pineapple compatible computer stick. Pineapple compatible. Mal gucken. Im Aufgabenheft zieht nach, was im Ladern Ecke los ist. Können wir mit ihr noch irgendwas machen? Im Augenblick nicht. Okay. Dann gehen wir doch mal direkt rüber. Hier ist das, ne? Hi, Lenny. This is Lenny speaking. Could someone please tell the applicant looking to fill the position of junior shop assistant that a proper job application is in order with at least one former or current employer given as a WFO once? You think I have what it takes to work as a shop assistant? Ich habe die Augenbraue. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt eine ordentliche, ja, bewirb dich für den Job, wenn wir jetzt eine ordentliche Bewerbung hinlegen müssen, müssen wir das wahrscheinlich ausdrucken, womit wir wieder beim Standardproblem wären. Uns fehlt Blau und Rot. Blau und Rot. Ich muss mal eben, ich weiß nicht, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen angezogen, aber der hatte kein Blau und kein Rot, ne? Oder was ist das? Blau, ah! Geh mal da zur Seite. Ah, nein, ne? Ich meine, das ist jetzt die einzige, die mir jetzt einfallen würde. Okay. Okay. Wie lange hast du mit diesem Kunden gearbeitet? Hey, du kennst mich, Jules. Ich bin ein Perfektionist. Ja. Ich glaube, mein Cyanide 300 Haare Dye braucht einen Refill. Ich habe dich covered, Jules. Ich habe eine Bottle für dich da, da bei dem Schrauben. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, bitte, 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 bitte. Kann ich die jetzt nehmen? Yes. Ich habe da nie so drüber nachgedacht, aber in dem Moment, wo er gesagt hat, für eine Kundin und ich habe es so mit den Augen gerollt und habe sie dann angeguckt und ich denke, Moment, ihre Haare sind doch auch blau. Oh, wie geil ist das denn? Kannst du das an ihn geben? Hey, Oliver hat diese Bottle nur für mich gehalten. Außerdem, Kloot könnte denken, es ist ein Drink oder was. Rude. Okay. Dann gibt ihr das. Die Frage ist, kann sie auch die Farbe herstellen mit der Blume, weil mit ihm konnten wir ja leider nichts machen. Mir fällt übrigens was anderes gerade auf. Die können wir jetzt hier nicht mehr nehmen, ne? Okay. Können wir die jetzt kombinieren? Die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das jetzt mit dem Fuchs hier. Also normalerweise, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müsste man Mörser und Stößel haben, die klein machen, also ob man damit färben kann im wahren Leben, weiß ich jetzt nicht, aber die klein machen und theoretischerweise, ja, mit Wasser oder mit einer anderen Flüssigkeit. So, mit Wasser? So, mit Wasser? Könnten wir da... Könnten wir da... Die Basis für any mixture is water. Habe ich auch. Water. A good start for any mix. Das ist schon mal gut. Water and fuchsia unmixed. Oh, bitte, sag mir, dass das funktioniert. Ja. Oh, ja, 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 bitte. Oh, bitte, bitte, bitte. Dann ins Glas vielleicht wieder? Funktioniert, okay. Wow, the fuchsia flusher looks perfect for the magenta slot. Haben wir jetzt alle? Black, check. Cyan, check. Magenta, check. Yellow, check. Perfekt. Perfekt. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob ich hier irgendwas übersehen habe, aber ich glaube, da ist sonst nichts mehr, ne? Ähm... There's usually a lot more dirty dishes around that thing. Okay. Wir nehmen mal vorsichtshalber noch was Wasser. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Ähm... So, das heißt, wir können ihm jetzt die Druckerpatrone geben. Ich bin jetzt gerade noch überlegen, die ganzen einzelnen Schritte, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Also, wir müssen auf jeden Fall den Drucker benutzen. Ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Dann haben wir allerdings immer noch nicht unser Problem mit diesem USB-Steckplatz. Das ist ja auch nur der eine, ne? Also, den Teil verstehe ich noch nicht so ganz. Weil, wie gesagt, ich hatte von Anfang an ja gesagt und gehofft, dass man... Dass man damit irgendwie den Typen da, äh, den PC lahmlegen kann und der gar nicht darauf kommt, das da alles zu programmieren. Ähm... Foto... Dann nicht, dann... Können wir das direkt so machen? Okay, ich werde kracken auf der Jobapplication. Ein paar sorgfältig formulierte Minuten später. Es kam gut aus. Ich habe sogar eine Chance, die alten Profilfotos wiederholen. Oh Gott. Jetzt, um diese Schönheit zu schildern. Schild auf den Printer. Und fertig. Und hat sich ziemlich realistisch angehört. Nice. Jetzt, was ich brauche, um einen aktuellen oder formeren Arbeitnehmer zu schildern, als Referee. Ah, ein aktueller oder ehemaliger Arbeitgeber. Moment, er hat doch... Ähm... Ach so, ich wollte noch eine Sache mal kurz im Büro gucken. Fällt mir gerade ein. Haben wir hier irgendein... Irgendwas... Kaffee, Kaffee, Kaffee? Brauchen wir sowas wie Kaffee? Sie wollte das Glas nicht weggeben, glaube ich. Ich denke, ich werde es nicht weggeben. Ja, ja. Nee, dann ist okay. Ähm... Gut, aber hier war jetzt, glaube ich, auch nichts, was wir jetzt noch benutzen konnten. Ich dachte jetzt noch gerade, ich habe die Kaffeemaschine gesehen. Hm, hm. Ne, Vergangenheit, Kaffeemaschine, Gegenwart, äh, Kaffeemaschine. Man weiß ja nie. Nee, wo laufe ich denn jetzt hin? Moment. Äh, ehemaliger Arbeitgeber. Da. So, die Sache mit den Ohrringen habe ich übrigens nicht vergessen. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie wir den darunter bekommen sollen. So. Sie. Kann sie da irgendwie was mit machen? Würdest du diese Jobapplication als Referenz bezeichnen? So. Hast du nicht einfach hier gearbeitet? Ich bin, aber du kennst mich. Man about town und all das. Ich kann totalen Held down zwei Jobs. Ich glaube. Aber ein Wort von dir. Wenn du wirklich wirst, wenn du wirklich wirst, in der corner shop arbeiten? Keep an eye on that blonde kid. Äh. Ich kann nicht ganz gut put meine Finger auf es, aber da ist ein kinder Bad Mojo around that one. Bad Mojo? Noted. Thanks, Boss. Perfekt. Perfekt, perfekt. Okay, dann versuchen wir uns jetzt da mal den Job zu schnappen. Die Frage ist, muss ich das, also kann ich das einfach so einreichen? Darum. Oder muss ich das irgendwie mit der Post schicken oder so? Aber ich denke mal nicht, oder? Ich denke mal, das kann ich abgeben, oder? Hi, Lenny. Ich habe das Job-Application. Das ist alles. Ich habe das. Fairly date in Job-Application. Please hold. you still there Lenny hmm you really didn't have to print this thing in color you know and soft anyway welcome aboard clue you are now officially part of team Lenny go team Lenny go team Lenny yeah yeah whatever so what does it mean to be part of team Lenny well here's what you gotta know whenever something happens around here make sure to refer to it as happening in aisle one everything happens in aisle one got it other than that just follow the instructions of the first shop assistant does he have a name that guy we just call him kid around here he's a tad on the grumpy side but he's a real artist when it comes to using that mop hey boss kid ah lowly subordinate clute reporting for duty do you need me to do anything well just keep an eye on things I'll let you know when I need you okie dokie what are you working on there oh nothing special just trying to learn AI programming so that I can one day build robots to conquer the world oh that kid is definitely up to no good should I maybe find a way to put an end to his AI studies ja das sage ich schon seit keine Ahnung 10 Folgen oder so ok halte den Jungen davon ab KI-Entwicklung zu erlernen ja die Frage ist wie ich krieg den Virus nicht auf den USB-Stick ich krieg die beiden Dinger nicht zusammen hat sie vielleicht irgendwas was man naja sie hat auch nichts was man dafür nutzen könnte mit dem Garn das gibt sie aber nicht ab naja ach Moment er hat gesagt er hat keinen Plan wie man das zusammen bekommt ja klar er kommt ja aus der Vergangenheit boom shakalak nein ein pineapple USB-Stick ready to be used with old school computers oh hätte er diesen Satz nicht vorher sagen können ganz ehrlich oh ich muss mal kurz raus oh äh I'm just going out on an errand I'll be back though this is Lenny speaking could someone inform the new employee in aisle one that Team Lenny is very disappointed thank you ja tut mir leid kann ich auch nichts für ähm ich guck jetzt mal das müsste doch jetzt normalerweise funktionieren oder hätte er diesen Satz nicht vorher sagen können ganz ehrlich ach ähnlich klar klar ich hab ja auch nicht auf den Schirm gehabt dass er eigentlich aus der Vergangenheit kommt das ist impossibly kompliziert computer stick contraption probably filled to the brim with super scary viruses okay perfekt das Problem was ich jetzt sehe wenn ich jetzt beispielsweise wobei ich hab ja auch gar nichts und äh äh nur sie hätte Wasser im Weinglas also wenn erstens sie gibt es ja eh nicht ab hat sie gesagt zweitens selbst wenn sie es abgeben würde würde ich das Problem sehen dass er als sein Vertreter das wahrscheinlich wegwischen soll das heißt die Frage ist ist das jetzt so ein Schnelligkeitsding Bodenfliese ja die ist noch da wir probieren es mal ich hab da so eine Ahnung ja 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 ist okay ich brauch nur mal mal gucken ob das klappt ups that was clumsy of me this is Lenny speaking there's been an incident in aisle one staff to aisle one staff to aisle one bring them up please thank you lul lul subordinate clut ist grad nicht da macht pause clut where are you at clut i do it myself then danke and of course it's always that same one floor tile genau oh bitte 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 lass mich da rein lass mich da rein lass mich da rein lass mich da rein lass mich das machen bitte 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 ich hoffe das geht nicht gegen die spirit von Team Lenny oder irgendwas nein nein mach einfach es besser nicht zu lange verlassen hat das geklappt jetzt, wo war ich? oh ja das Teil des Weltes kaputtelig kaputtelig? Was passiert? Suddenly the whole laboratory just disappeared. Not a trace of any agent or anything. It's like this whole Pythonic Empire thing never happened. Hey, lowly subordinate Kloot. Yes, Boss Kid. You wouldn't happen to know why the computer suddenly got infected with an insane amount of viruses, would you? Right off, I saw you fiddling with it. Oh, I was just making sure you weren't using spaces instead of tabs. Spaces instead of tabs, huh? Interesting. Very interesting. Very interesting. Hey Kloot, I've got a little job for you. Oh oh. That empty freezer needs a good scrubbing. Would you mind going over it and scrubbing every inch of it? From the inside? Oh, der hat so'n psychischen Unterton. Oh, der hat so'n psychischen Unterton. Oh, der hat so'n psychischen Unterton jetzt gerade gehabt. Das würde ich sagen, dass wir jetzt nur noch Erich das Eichhörnchen benutzen müssen. Mit dem Uraltnamen. Und ja, dann wieder in die Gegenwart zumindest kommen. Ob es dann schon zu Ende ist, weiß ich nicht. Ich meine, seine Katzenhalergie hat sich ja jetzt verflüchtigt. Oder besser gesagt, Jahre der Katzen haben sich verflüchtigt. Ich würde sagen, das könnte jetzt der perfekte Moment sein, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dass wir uns darüber freuen, dass wir die Invasion der Mega-Roboter in der Zukunft doch noch gestoppt haben. Und, äh, oder der mördernden KI oder wie auch immer ich sie nennen soll. Ich meine, wir wissen ja alle, denke ich mal, oder wir können es uns alle ausmalen, dass es nie gut sein kann, wenn man zu viel Kontrolle an Maschinen übergibt, beziehungsweise an KIs. Da kann nichts Gutes bei rumkommen. Ja, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder mit Justin in die Gegenwart kommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!